Hallo, mein Name ist Stefan Kallinger. Wir fahren gerade im Moment für einen guten Zweck rund um die Welt. Wir sind in Chile, 300 Kilometer von diesem Vulkan entfernt, der gerade ausgebrochen ist. Wie man sieht, ist überall Staub, Asche, Ascheregen und obwohl es Mittag ist, kommt man sich vor, wie wenn gerade die Sonne untergehen würde. Schöne Grüße aus Chile nach Salzburg.